Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas Aktiencheck der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 6. Dezember 2021, 10.42 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nikolaustag. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wieder, nicht die der Societe General. Wir haben in den vergangenen Tagen an den Märkten deutliche Abgaben gesehen. Das hat natürlich Spuren in den Chartbildern der Indizes hinterlassen, aber auch bei vielen Einzelaktien. Man kann hier in diversen Situationen auch nicht mehr von kleinen Verkaufssignalen sprechen, sondern hier geht es um die mittelfristige Ausrichtung. Teilweise wurden Verkaufssignale auch in diesem Zeitfenster schon ausgelöst. Teilweise sind wir drauf und dran. Zwei Aktien, die wir uns anschauen wollen aus dem Bereich der Corona-Gewinner, sind auch kurz wie mittelfristig gefährdet. Wir starten mit der Aktie von Delivery Hero. Der Aufstieg in den DAX war ja damals stark umstritten aus fundamentaler Sicht bei dieser Aktie. Der Wert hat eigentlich dann auch seit dem Jahresbeginn nicht mehr weiter zulegen können, ist hier in einer Konsolidierung gefangen. Das sah bis dato noch ganz in Ordnung aus, aber mit den Abverkäufen in den letzten zwei, drei Wochen hat sich das Chartbild eingetrübt. Die 100-Euro-Marke, die Stammzuschauer werden sich erinnern, war schon mal Thema vor einigen Wochen. Da drohte dieser Support auch schon zu brechen. Die Bullen haben sich dann noch mal retten können und jetzt sehen Sie, dass am heutigen Montag dieser Support aufgebrochen wird zur Unterseite. Bereits in der Vorwoche haben wir nur knapp darüber geschlossen bei 102,45 Euro. Sollte sich dieses Verkaufssignal weiter ausdehnen, dann ist zu befürchten, dass wir mittelfristig im Bereich von 80 Euro eintauchen, wo beispielsweise der EMA 200 Woche verläuft. Schauen wir uns das Ganze detaillierter an im Tageschart und da sieht man das Konstrukt noch mal deutlicher. Ich würde es persönlich als Absteigen des Dreieckwerten, also das ist natürlich, kann man so oder so sehen. Fakt ist in jedem Fall, die Unterstützung 100 Euro wird jetzt erstmal aufgebrochen und es droht hier ein weiterer Auswasch. Natürlich Erholungsbewegungen nach der starken Verkaufswelle immer wieder einkalkulieren, aber der Weg des geringeren Widerstands zeigt jetzt abwärts und es sieht danach aus, als würden wir die 82er Marke hier 81,62 das Ausbruchslevel aus dem Jahr 2020 wieder ansteuern können. Wann wird es bullischer? Da sind wir natürlich jetzt meilenweit entfernt von Kaufsignalen. Wichtig wäre es, dass wir uns im Wochenverlauf wieder über diesen grünen Balken retten. Dann haben wir bei 126 eine erste Hürde, bei 112 Euro und dann darüber natürlich die EMAs, die hier deckeln. Also mittelfristig wird es eh erst bullischer, wenn wir aus diesem Abwärtszent rausgehen. Da sind wir meilenweit entfernt. Das wären Kurse in etwa um 135 Euro, die wir hier überschreiten müssten. Also es könnte sich hier lohnen, bestehende Aktienpositionen zumindest abzusichern oder dann auch vielleicht wirklich als Short-Spekulation hier in den Titel zu gehen. Wie immer aber zwei Derivate für beide Seiten, denn natürlich kann man auch argumentieren, dass sich hier ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis um 100 Euro ergibt, wenn wir den Dreh schaffen. Mit der WKN SB8TYV ein Turbo Endless Call. Hier haben wir den Basispreis bei 76,14 Euro knapp, die K.O. Schwelle bei 80,14 Euro. Der Hebel bei 4,2 Euro. Und als Absicherungsvariante oder als Short-Spekulation SF9VAZ ein Turbo Endless Put. Basispreis 126,82 Euro. K.O. Schwelle 120,27 Euro. Hebel 3,8 knapp. Wie immer der Hinweis, das sind nur zwei beispielhaft ausgewählte Produkte. Weitere Derivate auf die Aktie von Delivery Hero, aber auch natürlich viele andere Basiswerte finden Sie auf der Website www.sg-zertifikate.de. Wir kommen zu den Sonderkonditionen, zu den Trading-Aktionen mit Partnern. Und da bleibt es natürlich dabei, weiterhin interessant, bis Ende des Jahres noch die Kooperation mit der Konsorsbank. Alle Derivate der Société Générale, Zertifikate, Optionsscheine und Aktienanleihen ab einer Ordergrüße von 1.000 Euro ohne Gebühren handelbar über die Konsorsbank. Und wie schon öfter erläutert, wurde das Angebot bei US-Basiswerten deutlich ausgebaut. Also wenn zum Beispiel Apple, Microsoft, Netflix oder Tesla gehebelt gehandelt werden möchte, dann haben Sie hier die Möglichkeit. Zweite Aktion läuft seit einigen Tagen mit Trade Republic und hier ist die Société Générale Partner dieses Brokers und hat hier auch aufgebessert, was die US-Basiswerte anbelangt. Also seit einigen Tagen, wenn Sie da vielleicht vorher Probleme hatten mit US-Basiswerten, checken Sie gerne bei Trade Republic die Produkte der Société Générale vorrangig. Optionsscheine, Knockout-Produkte und Faktor-Optionsscheine auf US-Basiswerte wie Apple, Amazon oder Tesla handelbar. Zweite Aktie für heute, HelloFresh. Da haben wir eine andere Ausgangslage, weil die Aktie ist ein klarer Outperformer, was man jetzt von Delivery Hero in diesem Jahr nicht behaupten konnte. Aber wir haben auch hier Probleme, anderer Natur. Wir haben einfach das Allzeithoch nicht erfolgreich überschreiten können. Das war im November der Fall. Erster Anlauf am 19.11. gescheitert, zweiter Anlauf am 26.11. gescheitert, seither der Abverkauf. Es hat sich ein kleines Doppeltop ausgebildet. Das Ziel aus diesem Doppeltop ist schon erreicht. Dennoch geht es weiter abwärts. Der Fokus richtet sich natürlich jetzt auf die letzte Teilstrecke seit Ende Oktober. Hier liegt das 61,8 Retracement bei 79,50 knapp, 49,47 und etwas darunter der EMA 200 bei 78 Euro. Da dürften wir kurzfristig aufschlagen und da wird dann der Richtungsentscheid kommen müssen. Wenn wir drunter fallen, dann ist es zu erwarten, dass wir das Gap vom 1.11. auf 2.11. schließen werden, was bei 70,70 Euro der Fall wäre. Wahrscheinlich aber sogar das Tief vom 1.11. bei 68,32 ansteuern werden. Die mittelfristigen Risiken beziffern sich meiner Ansicht nach aber noch deutlich tiefer. Aufkurse um 53,35. Hier liegt ein Ausbruchsniveau aus dem Dezember 2020. Dieses Ausbruchslevel wurde im März 2021 nochmal per Pullback bestätigt. Also hier eine sehr sehr wichtige Ausbruchs- wie auch Unterstützungsmarke und das könnte ein möglicher Anlaufbereich sein, wenn wirklich nachhaltig über Wochen sich die Stimmung hier dreht und Schwäche reinkäme. Oder was heißt Schwäche reinkäme, Schwäche beibehalten wird. 90er Marke als Widerstand neben dem EMA 50 und vor allen Dingen dann hier oben natürlich 97,38, 97,50. Das sind die Hürden, wo wir drüber müssen, wenn das Allzeithoch überschritten wird, dann ist das Schlimmste erstmal überstanden und können wir die übergeordnet langfristige Aufwärtsbewegung fortsetzen. Auch auf die Aktie von HelloFresh habe ich zwei Produkte mitgebracht. WKN SF886R, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 62,42 Euro, Hebel 3,9 Euro. Also da ist Luft nach unten vorhanden. Man würde sich aber spätestens natürlich unter dem 68,32 hier tief ausstoppen lassen. Die Short Variante mit der WKN SF7GUV, ein Turbo Endless Put. Hier haben wir Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 102,64 Euro, Hebel 3,69 Euro. Das heißt im Klartext, hier liegt die Knockout-Schwelle und hier liegt auch der Basispreis über dem Allzeithoch. Man würde sich aber natürlich wahrscheinlich schon vorgeschaltet im Bereich 97,50, 98 Euro ausstoppen lassen. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle viel Erfolg und würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Malassen Chance. Malassen Chance. Aber 넷��erst gehen lassen. Be pitching hier auf muss. Malassen mugksam du мирmilitet mal nötil ist. ardestwenen Bara SRK vérifft ihr ja eigentlich nicht, Man aggression muss sichPN. Vielen Dank.